Herzlich willkommen bei der Edelstoff Media. Ich freue mich über Besuch aus Bayern, aus Hersching am Ammersee. Kai Förderer ist zu Besuch, Gründer und Gesellschafter der Gesellschaft für Qualitätsprüfung. Schauen Sie, Herr Förderer, herzlich willkommen. Hamburg kann auch sonnig. Definitiv. Und Wasser. Eben. Ich begrüße Sie, Herr Förderer. Wir sprechen heute über Ihren Private Banking Test 2023. Das zweite Mal haben Sie Private Banking Institute auf Herz und Niere geprüft. Schießen Sie los. Das ist so, genau. Wir haben dieses Jahr 169 Anbieter getestet in, ich glaube, dem umfangreichsten Private Banking Test im deutschsprachigen Europa und haben in diesem Test quasi den Digitalcheck, den Besuch der Internetseite und diese analysiert, ein Erstgespräch geführt und mit den Besten dann auch noch ein Zweit- und Vorortgespräch geführt, um wirklich im Detail die Dienstleistung Private Banking und Vermögensverwaltung zu erleben und in der Folge dann auch zu analysieren und zu bewerten. Boah, 169. Das gab es, glaube ich, in dem Umfang noch nie, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wird da so ein Blindtest gemacht? Ein Testkunde wird zur Filiale geschickt und kreuzt an? Oder wie gehen Sie vor? Ja, wir haben echte Persönlichkeiten, die auch mit ihren echten Identitäten getestet haben und auch testen konnten. Und die haben von Januar bis jetzt in den Juni hinein Gespräche geführt, sowohl die Erstgespräche geführt, meist telefonisch oder auch per Video. Und dann auch wirklich dann in dieser Identität entsprechend die Zweitgespräche geführt, wenn das Erstgespräch besser war als die Note 2,0. Was war der Testcase, wenn man so fragt? Also was war Ziel und Anlagehorizont des Testers? Wir hatten quasi jetzt einen einmaligen Geldzugang im Bereich von zweieinhalb bis drei Millionen, der jetzt quasi das Volumen, das Geld nicht gebraucht wird, sodass wir das lange anlegen konnten, ohne dass wir auf Ausschüttungen angewiesen sind, ohne dass wir besondere Restriktionen beim Thema Nachhaltigkeit haben. Unser Knackpunkt war eher, dass wir gesagt haben, wir sind ein bisschen ängstlich und möchten maximal 50% Aktien und gleichzeitig 6% Rendite pro Jahr nachkosten. Das ist natürlich fast unrealistisch, oder ist unrealistisch. Und deshalb war genau die Frage, ob, wenn wir diesen Fall beschreiben, wenn wir diese Erwartungshaltung beschreiben, ob und wie man mit uns umgeht, um uns dann entweder beizubringen, dass wir genügsamer sein müssen, oder entsprechend ein bisschen mutiger. Und das war nachher inhaltlich im Zweitgespräch der Hauptknackpunkt auch für die Bewertung. Noch einen Schritt zurück, bevor wir nochmal auf das ganze Testszenario kommen. Was geht dem Erstgespräch bei der Bank voraus? Von der Dreiteilung haben wir erstmal die Webseite uns im Detail angeschaut, mit zahlreichen Kriterien, wie so der digitale Ersteindruck ist. Und dann haben wir auf der Webseite quasi dann Kontakt aufgenommen über die Möglichkeiten, die es gab, in der Regel Telefon, und haben eben gesagt, dass wir uns für eine Vermögensverwaltung interessieren, auch explizit für eine Vermögensverwaltung interessieren mit unserem Volumen und würden gerne mal in einem Erstgespräch einfach ein Gefühl kriegen, beidseitig, ob das Sinn macht, dass wir uns treffen oder ob das keinen Sinn macht. Und so haben wir quasi dann unseren Aufschlag vorgenommen, um dann mit jedem ein Erstgespräch zu führen, um im Anschluss zu überlegen und zu entscheiden, wer da nochmal eine zweite Chance bekommt. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte da gar nicht spöttig klingen, aber bei 169 Webseiten, wie oft steht da, Ihr Vertrauen ist unser Geschäft, Ihr Business, unsere Beratung, eine Einheit. Also dieses sehr wolkenhaftige. Genau, das steht zu oft noch da, sodass wir genau auch dort oft die Minuspunkte vergeben haben. Deshalb war unser Ziel auch eher, also wir kommen immer vom positiven Fall, dass wir sagen, was würden wir uns wünschen im Idealfall und wer kann dem Rechnung tragen oder wer kann da quasi mit abliefern und dem genügen. Und deshalb haben wir sowohl im Bereich Vermögensverwaltung bei der Beschreibung der Dienstleistung sehr, ich sage mal, hohe Ansprüche gehabt, weil genau dieses Thema, wir schauen täglich auf die Märkte und aufgrund der Chancen und Risiken suchen wir für Sie den besten Mix, um Ihre Rendite zu erzielen. Blabla, das steht da überall, wenigstens. Sondern wir wollten ein Gefühl kriegen für die Dienstleistung Vermögensverwaltung. Wir haben aber auch sehr anspruchsvoll gedacht beim Thema Kontaktmöglichkeiten. Wir hätten gerne einen Rückrufservice, wir hätten gerne Online-Terminvereinbarungen, wir hätten gerne auch Broschüren, die man runterladen kann, vielleicht auch Broschüren, die man nach Hause bestellen kann. Also das war ein relativ breiter Strauß, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur gucken, den Text validieren oder qualitativ beurteilen, sondern auch links und rechts schauen. Auch das Thema ist die Webseite responsive. Wenn man vom Handy draufschaut oder eben nicht, waren wir dann da, ich sage mal, von den Kontaktmöglichkeiten wie auch von der Beschreibung der Dienstleistung Vermögensverwaltung und das spannendste Thema für mich, das Thema Blog und News-Beiträge. Ist der letzte Beitrag von 2021 zum Thema Einschätzung unseres Asset-Managements zu den Märkten oder habe ich dort monatlich, quartalsweise auch Berichte, die ich jetzt in der Rückschau natürlich inhaltlich ganz gut beurteilen kann, waren die bullish, weniger bullish und wie ist es denn wirklich gelaufen, um ein Gefühl zu kriegen von der Bauchseite her, ob ich denen halt vertraue und mein Geld überlassen möchte. Wie hat sich das so etwa ausgependelt von Marktbericht von vorvorgestern zu aktiver Gestaltung der Website? Ich würde sagen, so richtig aktiv ist maximal ein Drittel. Das sieht man auch, die haben dann mal auch einen Podcast, die sind ab und zu bei YouTube, die haben aktuelle Marktberichte, die haben Newsletter, auch die Möglichkeit, Newsletter bestellen zu können oder sich anmelden zu können. Das ist aber schon noch in der Masse bei 169 eher die Seltenheit. Oft haben wir eher blumige Worte, die sind natürlich auf der Zeitschiene robust, aber die bringen natürlich jetzt kein Differenzierungsmerkmal und auch kein besonderes Bauchgefühl für den Leser. Dann sind Sie mit 169 Instituten in Kontakt getreten, in der Regel digital und es kam zu einem Erstgespräch. Genau, in der Regel in 90 Prozent telefonisch, in 10 Prozent auch per Video. Da gibt es auch ein paar ganz modernen, die sagen, wir würden das gerne digital machen, damit wir uns auch schon mal sehen können. Und Sie kriegen dann quasi eine Einladung für eine Videokonferenz, oft mit ein oder zwei Personen. Das war natürlich Königsklasse. Nicht zwingend inhaltlich, aber erst mal vom Onboarding war das schon cool. Aber in der Regel waren es dann Telefongespräche, die dann mindestens im Schnitt eine halbe Stunde gedauert haben. Können Sie uns so ein bisschen diese Erstgespräche mal so ein bisschen auffächern, ähnlich wie den digitalen, von kurz und knapp bis verständnisvoll und schon fast analytisch? Gut, wir haben gesagt, das Erstgespräch soll eigentlich rein dem Kennenlernen dienen, aber dem beidseitigen Kennenlernen. Das heißt, wir haben da eher so ein bisschen die passive Rolle eingenommen, dass wir gesagt haben, wir haben die zweieinhalb Millionen, wir wollen sechs Prozent, wir haben keine besonderen Anforderungen, was Ausschüttungen angeht, was Nachhaltigkeit angeht und haben uns aber dann zurückgenommen, um zu gucken, wie ist das Drehbuch des jeweiligen Anbieters, um uns im Detail kennenzulernen. Wie ist unsere persönliche Situation? Wie ist die finanzielle Gesamtsituation? Sind die zweieinhalb Millionen alles? Oder haben wir 25 Millionen und legen nur zehn Prozent an? Also das ist ja auch eine spannende Frage. Bis hin natürlich zu der Frage, was ist nach dem Erstgespräch die Erwartungshaltung, wenn wir dann vorbeikämen? Das muss man wissen, sonst kann das gar nicht matchen. Wenn wir zum sagen, wir wollen den VV-Vertrag als Muster sehen oder wir hätten gerne einen konkreten Kostenvorschlag. Und natürlich dann auf Basis dessen auch die Detailtiefe bezogen auf unsere Präferenzen in der Anlage. Nämlich die Frage, ist Nachhaltigkeit ein Thema? Sind die Ausschüttungen benötigt? Das gilt ja auch zu fragen, falls es noch nicht gesagt wurde. Und das alles zu erfassen, inklusive unserem Lieblingsthema Kontaktdaten. Weil wir sagen, wer finanziell nicht alles fragt, der weiß meist im Nachgang auch nicht alle Kontaktdaten. Weil es ist einfach vielleicht auch so eine Einstellungsfrage. Und von daher war das das Gespräch, wo es darum ging, uns kennenzulernen im Hinblick auf das Zweitgespräch, um abliefern zu können. Aber natürlich auch die Frage Online-Zugänge gewünscht. Reporting eher papierhaft. Wie kann ich sie am besten erreichen? Wo arbeiten sie? Gibt es demnächst noch irgendwelche weitere Geldzugänge? Sei es Erbschaft, sei es Schenkung, sei es was auch immer, um natürlich das auch in die Gesamtplanung a aufnehmen zu können und b natürlich auch für sich selber so ein bisschen Potenzialanalyse zu haben. Ist das jetzt einfach nur ein kleiner Teil oder ist das ein großer Teil des Vermögens? Vielen Dank, lieber Herr Füderer. So viel erstmal quasi zum Intro und dem Digital-Check der Gesamtmasse von 169 Teilnehmern. Meine Damen und Herren, im zweiten Teil des Gesprächs sprechen wir über die nächste Vorangehensweise, das Erstgespräch und für die Top-Häuser geht es weiter mit dem Zweitgespräch und natürlich dem Fazit. Wie steht es uns Private Banking in Deutschland? Bleiben Sie dran!